Hey Paula, wie geht es dir heute? Hallo Maria. Mir geht es ganz gut, danke. Wie sieht es bei dir aus? Ach, ich habe ein bisschen Stress in der Arbeit, aber sonst ist alles okay. Ach, ich habe ein bisschen Stress in der Arbeit, aber sonst ist alles okay. Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht mache ich mir später eine Tasse Tee und lese ein Buch. Klingt nach einem Plan. Übrigens, hast du gehört, dass das Sommerfest nächste Woche stattfindet? Ja, habe ich. Ich freue mich schon darauf. Hoffentlich haben wir schönes Wetter. Ja, habe ich. Ich freue mich schon darauf. Hoffentlich haben wir schönes Wetter. Das stimmt. Aber selbst bei Regen hatte es irgendwie seinen Charme. Da hast du recht. Es war lustig, wie wir alle unter den Zelten zusammengekuschelt haben. Auf jeden Fall. Und dieses Jahr können wir uns vielleicht vorbereiten, falls es wieder regnet. Gute Idee. Vielleicht sollten wir einige Spiele oder Aktivitäten für drinnen planen, nur für den Fall. Absolut. Ich werde mal sehen, was wir da organisieren können. Das Essen. Letztes Jahr gab es so viele leckere Sachen. Oh ja, ich erinnere mich an die verschiedenen Food Trucks. Da war für jeden Geschmack etwas dabei. Ich kann es kaum erwarten. Das Sommerfest ist definitiv eines meiner Lieblingsereignisse im Jahr. Mir geht es genauso. Es ist immer eine tolle Gelegenheit, Zeit mit Freunden zu verbringen und einfach Spaß zu haben. Definitiv. Also, lass uns sicherstellen, dass wir dieses Jahr auf alles vorbereitet sind, egal ob Sonne oder Regen. Auf jeden Fall. Lasst uns das beste Sommerfest aller Zeiten haben. Abgemacht. Bis bald, Paula. Tschüss, Maria. Bis bald und pass auf dich auf. Hey, Karl. Wie läuft's? Hey, Mario. Alles bestens. Danke. Wie sieht es bei dir aus? Nicht schlecht, aber ich habe gerade viel Arbeit auf dem Tisch. Diese Projekt-Deadline rückt näher. Ach, das klingt stressig. Brauchst du irgendwelche Hilfe? Danke, Karl. Das ist nett von dir. Ich denke, ich werde es schaffen, aber wenn du Zeit hast, könntest du vielleicht einen Blick auf den Code werfen. Klar, ich helfe gerne. Wir können uns nach der Arbeit zusammensetzen und das durchgehen. Das wäre super. Du kennst dich immer gut mit diesen komplexen Algorithmen aus. Naja, ich tue mein Bestes. Aber du hast auch schon einige ziemlich clevere Lösungen gefunden. Danke, Karl. Es ist immer gut, jemanden zum Brainstormen zu haben. Kein Problem. Wir sind schließlich ein Team. Oh, übrigens, hast du von dem neuen Kaffee in der Nähe gehört? Ja, habe ich. Ich war schon dort. Die Kaffeeauswahl ist fantastisch. Das klingt verlockend. Vielleicht sollten wir dort morgen Frühstück machen, bevor wir uns an die Arbeit machen. Gute Idee. Das bringt sicher einen frischen Start in den Tag. Und wer weiß, vielleicht finden wir dort sogar Inspiration für unser Projekt. Möglich. Manchmal kommen die besten Ideen an den unerwarteten Orten. Absolut. Ach, und vergiss nicht, dass nächste Woche das Fußballspiel stattfindet. Oh, stimmt. Ich freue mich schon darauf. Wir sollten uns bald Tickets besorgen. Auf jeden Fall, bevor sie ausverkauft sind. Ich hoffe, es wird ein spannendes Match. Ich auch. Es ist immer ein tolles Erlebnis, live im Stadion dabei zu sein. So ist es. Also, lass uns das Projekt rocken, dann Frühstück im Café genießen und schließlich das Fußballspiel feiern. Klingt nach einem Plan, Karl. Wir werden eine großartige Woche haben. Absolut. Bis später, Mario. Tschüss, Karl. Bis dann und vielen Dank im Voraus für deine Hilfe. Hi, Tom. Wie läuft es? Hi, Peter. Alles bestens. Danke. Wie geht es dir? Ehrlich gesagt, könnte es besser sein. Ich habe mich irgendwie erkältet und fühle mich ziemlich schlapp. Oh nein, das ist ärgerlich. Hast du etwas unternommen, um dich besser zu fühlen? Ja, ich habe Tee getrunken und versucht, mich auszuruhen. Hoffentlich werde ich bald wieder fit. Gute Besserung, alter Freund. Lass mich wissen, wenn du etwas brauchst. Danke, Tom. Du bist immer so hilfsbereit. Kein Problem. Das ist, was Freunde tun. Übrigens, hast du von der neuen Ausstellung im Kunstmuseum gehört? Nein, habe ich nicht. Worüber geht es? Es ist eine Sammlung zeitgenössischer Skulpturen und Gemälde. Ich denke, du könntest es interessant finden, besonders da du dich für Kunst begeisterst. Das klingt wirklich spannend. Ich sollte vielleicht vorbeischauen, sobald ich mich besser fühle. Absolut, und vielleicht können wir zusammen gehen, wenn du wieder auf den Beinen bist. Das wäre toll, Tom. Es ist immer inspirierend, Kunstwerke in Person zu sehen. Auf jeden Fall. Ach, übrigens, der Grillabend bei Lisa am Wochenende war ziemlich spaßig. Oh, das habe ich verpasst. Wie war es? Es war großartig. Gutes Essen, nette Leute und wir haben einige lustige Geschichten ausgetauscht. Schade, dass ich nicht dabei sein konnte. Hoffentlich verpasse ich das nächste Treffen nicht. Keine Sorge, wir werden sicherlich bald wieder etwas planen. Aber jetzt konzentriere dich erstmal darauf, wieder gesund zu werden. Danke, Tom. Du hast recht. Gesundheit geht vor. Genau. Pass gut auf dich auf und melde dich, wenn du bereit bist, die Ausstellung zu besuchen oder an anderen Aktivitäten teilzunehmen. Mach ich, Tom. Danke für deine Unterstützung. Kein Problem, Peter. Bis bald und werde schnell wieder fit. Tschüss, Tom. Bis dann und vielen Dank für alles. Seid Teil dieses Teams. Abonniert meinen Kanal und lasst ein Like da. Abissi Toschland, sag danke. Tschüss, 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 tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020